Ja, Koko sagt, du bist der besteste, beste Trommler, den sie jemals gehört hat, Donald. Ach, äh, Micky, äh, glaubst du, Donald kann zu unserer Koko-Schlussparty kommen und noch ein bisschen weiter trommeln? Okay! Ja, natürlich, Donald. Und du auch, Pluto. Wir haben genügend Helfer, die uns bei der Suche nach einem Freund von Goldie behilflich sind.